Jo, guten Abend Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Sorry, falls ihr hier gerade irgendwas klopfen gehört habt, ich stoße hier einen Down gegen den Tisch. So, ganz schnell, einige Infos. Ja, es tut mir echt leid, dass die Videos hier irgendwie nicht kommen. Wie ihr vielleicht von Facebook gelesen habt, hier meine Facebook-Seite habe ich hier gerade offen, könnt ihr gerne liken, in der Beschreibung ist der Link. Und zwar habe ich ja eine Xbox One gekauft und es werden bald, also was heißt bald, aber nach meinen Prüfungen werden richtig viele Gameplays kommen. Denn dann habe ich endlich mal wieder Zeit, richtig zu zocken. Also es ist richtig, aber ein bisschen mehr auf jeden Fall. Im Januar ist ja noch meine mündliche Prüfung. Und ja, was ich vor allem sagen will, hier das Video mit meiner Freundin kommt leider erst etwas später. Ich habe sie offen. Ihr seht es, ich bin wirklich nicht sehr weit gekommen. Ganz einfach, weil mein Sony Vegas dauernd abstürzt. Ja, vielleicht können wir es hier gerade mal live sehen. Ich habe gestern echt die Krise bekommen, weil das Drecksprogramm einfach so oft abstürzt. Ich konnte nichts machen, ja. Und jedes Mal, wenn es abstürzt, darf man dann eben von vorne anfangen, weil ich eben nicht rechtzeitig speichern konnte. Also ich konnte einen so einen Kommentar einblenden und danach musste ich direkt wieder speichern. Und ja, es hat mich einfach dermaßen aufgeregt. Und ich weiß nicht, warum Sony Vegas abstürzt. Das ist mir ein bisschen schleierhaft. Ich werde wohl bald, oh, auf jeden Fall, cooles Gesicht, was ich da mache. Ich werde vielleicht mal bald den Support irgendwie anschreiben oder anrufen. Weil das kann ja nicht sein, dass man hier 550 Euro für ein Programm bezahlt oder 600 Euro. Keine Ahnung, wie viel das jetzt gekostet hat. Und dann stürzt es dauernd ab. Also, weiß ich nicht. Ich hatte schon das hier runtergesetzt auf Half, so. Also Preview Half. Und dann, wenn ich es abspiele, ich mache jetzt mal den Ton ganz kurz aus. So, jetzt lasse ich es mal abspielen. Ich hoffe, jetzt macht er es. Ja, doch, jetzt geht es. Denn bisher war es immer so, dass es beim Abspielen, ähm, ja, total gestockt hat. Das wird es auch gleich wieder. Also, ich mache mir da jetzt keine Hoffnung, dass es geht. Und wenn es doch geht, dann wird das Video wohl bald kommen. Ja, jedenfalls, das ist mein erstes Problem. Also, sorry dafür. Ich werde es jetzt versuchen, dass es bald mal rauskommt. Äh, ja. Ja, irgendwie gibt es da anscheinend ein paar Probleme. Äh, ja, so viel dazu. Also, ich benutze Vegas Pro 13 und so für die Leute, die es jetzt interessiert. Vielleicht habt ihr ein ähnliches Problem und könnt mir da helfen. Aber ich denke mal, da werden einige Leute das Problem haben. So, da seht ihr es nochmal hier bei Facebook. Wie gesagt, Halo 3. Quatsch, nicht Halo 3. Äh, Halo The Master Chief Collection habe ich mir geholt. Die zweite Version hier ist für meinen Kumpel Timon, a.k.a. Matrix. Und da kommen wir auch schon zu meinem nächsten Problem. Ähm, falls ihr auch eine Xbox One habt und ein Headset benutzt. Ähm, also nicht das Standard-Headset, sondern ein alternatives Headset. Sowas wie ein, was gibt es denn da alles? Ein Turtle Beach, ein Triton, sonst was. Ein, ein, was sind denn noch so beliebte Headsets? Ich kenne mich da gar nicht aus, so. Äh, Triton, Turtle Beach, was gab es denn da noch? Es gab da noch irgendeine Marke. Aber fällt mir gerade nicht ein. Äh, jedenfalls, ich benutze ja ein Astro. Astro A40. Ähm, ja. Äh, und jeder, der so ein Headset hat, beziehungsweise irgendein anderes, nicht das Standard-Headset, der wird ja wissen, dass man diesen blöden Headset-Adapter braucht. Damit Microsoft einfach ein bisschen mehr Kohle verdient. Das ist der einzige Sinn von diesem Teil. Das kostet so circa, ja, so von 20 bis 25 Euro circa. Ich habe es für, weiß nicht, 23, 24 bekommen, also inklusive Versand. Ähm, und da will Microsoft einfach Geld dran verdienen, damit man dann sein altes Headset damit benutzen kann. So, dachte ich mir, okay, komm, äh, schieben wir den dreckigen noch 20 Euro in den Arsch. Ähm, damit hat es sich aber nicht erledigt, leider. Äh, vielleicht habt ihr auch ein A40 und könnt mir da auch weiterhelfen. Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon dem Astro-Support auf Englisch da geschrieben, ähm, dass bei mir leider der Party-Chat nicht geht. Also Gamesound höre ich super, alles Top-Qualität, alles Bestens und so weiter und so fort. Allerdings höre ich den Party-Chat nicht, also gar nicht. Die sind bei mir in der Party drin, nicht im Spiel-Chat. Ähm, aber ich höre von denen keinen einzigen Laut und die hören von mir nichts. Ähm, ja, das ist suboptimal. Und ich habe da schon so ein Video von Astro gesehen, wie man das mit der Xbox One irgendwie verbinden soll. Und, äh, ja, habe ich alles so gemacht und alles so in der Xbox One so eingestellt. Und dann sollte ich meinen Mix-Amp, das ist so ein Steuergerät, wie so eine externe Soundkarte, sollte ich dann auch noch updaten. Das ging aber leider nicht und das habe ich jetzt alles im Support geschrieben und deswegen, äh, konnte ich auch keine Gameplays machen. Die einzigen Gameplays, die ich aufgenommen habe, sind von Advanced Warfare und die seht ihr dann hier in dem Video. Das sind meine Gameplays tatsächlich mal. Äh, da habe ich zwei Stück aufnehmen können und danach, ja, hatte ich einfach keinen Bock mehr, weil ich mit Leuten reden will, während ich zocke. Äh, oder im Team spielen will. Ich meine, ohne Scheiß, wenn man nicht dabei labern kann, also nicht in der Party ist, ich finde, das Zocken macht dann echt gar keinen Spaß, so alleine vor sich hin zu gammeln. Also, weiß nicht. Ich finde, das meiste am Zocken, oder der meiste Spaß kommt ja dadurch, dass man im Team spielt. Können andere anders sehen, aber gut, so geht es eben mir. Das wäre dann das zweite Problem. Ähm, und das war alles gestern, Leute, alles gestern. Also, gestern ging echt gar nichts. Ich wollte das Video unbedingt raushauen und, boah, ich habe mich so aufgeregt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich war echt, äh, hier kurz vorm Austicken, ja. War schon richtig mies gelaunt, also könnt ihr euch echt nicht vorstellen, wie miesig gelaunt war, wenn man da wirklich, äh, an drei verschiedene Hersteller Support-Tickets schreiben kann, meterlang seine Probleme beschreiben kann, und ja. Jetzt aber das dritte Problem, was noch viel tragischer ist, als das mit dem Headset. Und das ist ja schon tragisch, und das mit dem Video ist auch tragisch. Alles scheiße. Aber jetzt, was noch viel beschissener ist. Meine Elgato Game Capture geht seit gestern auch plötzlich nicht mehr. Äh, die hat erst angefangen, sich ständig neu zu verbinden. Äh, ach, ich zeige dir die ganze Zeit nur Facebook, ne? Das ist ein bisschen langweilig. Ich kann jetzt auch wirklich, ich kann kein Gameplay einblenden. Ich hab keins mehr, das ist so ein Scheiß. Ähm, ich würde das ja gerne als Commentary machen, aber, Moment, ich zeige euch mal ganz kurz hier, äh, wo habe ich denn? Rendert Videos, ne, da ist es nicht. Äh, wo habe ich denn mein Serverlaufwerk hier? Server G, da ist es doch. So, und dann habe ich hier unter, nicht Urlaub, äh, Videos, genau. So, da seht ihr das, was ich jetzt hier aufgenommen habe. Da, Game Capture HD, das sind meine Sachen, die ich aufgenommen habe. Das kam schon, das kam auch schon mal, das kam auch und das kam alles schon. Und die beiden habe ich jetzt schon auch in Verwendung. Äh, das heißt, ich habe wirklich keine Gameplays mehr. Und, äh, das ist ein bisschen nachteilig. Ähm, genau. Also, Elgato ging auch nicht, hat zu flackern angefangen. Da war ich, glaube ich, stehen geblieben. Und inzwischen geht sie gar nicht mehr. Das heißt, ich kann die Elgato gar nicht mehr anschließen. Die schleift auch nicht mehr das Signal von der Xbox One durch. Also, ich kann nichts aufnehmen. Ich kann die gar nicht anschließen. Ich muss die Xbox One direkt am Fernseher anschließen. Normalerweise schaltet man ja die Elgato dazwischen. Also, HDMI in Elgato rein. Und von der Elgato wieder zum Fernseher. Geht alles nicht mehr. Und da habe ich jetzt auch schon drei-, viermal hin und her geschrieben mit dem Elgato-Support. Erstmal vielen Dank an den Support. Der ist echt gut. Ähm, hat mir da echt versucht, richtig gut weiterzuhelfen. Also, da kam schon nach ein paar Stunden eine Antwort. Selbst am Samstag, Leute. Am anderen Samstag kam da echt richtig schnell eine Antwort. Auch abends. Das war um 19, 20 Uhr oder sowas. Wo ich da völlig am Austicken war. Und selbst da kam wirklich echt super schnell eine Antwort. Hat mich echt gefreut. Leider geht es immer noch nicht. Ich werde da noch auf eine Support-Antwort warten müssen. Bis morgen oder Dienstag. Das wird nicht ganz so schnell gehen. Ich habe denen da mein Problem so gut es geht eben beschrieben. Und ja, Leute. Das sind so meine drei Probleme. Ich wollte euch da nur immer darüber informieren. Nicht, dass ihr denkt, der hat gar keinen Bock, irgendwas zu machen. Nein. Selbst vor meinen Prüfungen nehme ich mir ab und zu eine Stunde oder zwei Stunden Zeit. Oder würde ich mir Zeit nehmen. Um einfach mal ein Video hier rauszuhauen. Und ich will eins raushauen. Aber ja. Manchmal geht es eben nicht so, wie man will. Und glaub mir. Ich habe schon einige Adern gestern zum Platzen gebracht bei mir. Weil ich mich so tierisch darüber aufgeregt habe, dass es einfach nicht funktioniert. Weil ich hasse es einfach abgrundtief, wenn Technik nicht funktioniert, so wie es sein soll. Und ich bin eigentlich der Dümmste in Sachen, ja in diesen Technik-Zeugs hier. Aber naja. Okay. Manchmal ist man einfach ein bisschen machtlos. Aber ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen warten. Ich versuche das Video jetzt hier schnell zu machen. Das ist ganz witzig geworden. Genau. Dann noch zu dem Problem hier. Ihr seht vielleicht an der Soundspur hier. Da ist ein riesiges Rauschen drin. Oh, jetzt habe ich es verschoben. Also kein Rauschen, sondern das Mikrofon war hier zum Beispiel da. War das einfach defekt. Ich weiß nicht, woran es genau gelegen hat. Ich glaube, ich habe es behoben. Jedenfalls, man hört uns in diesen Sachen hier nicht. Und deswegen werde ich das Video sehr doof cutten müssen. Da fehlt dann einfach was. Wir werden das aber nachholen. Ich habe meiner Freundin das schon mit meiner Freundin ausgemacht, so, dass wir das nachholen werden. Vielleicht nicht vor meinen Prüfungen, aber auf jeden Fall danach. Also das haben wir schon zusammen ausgemacht. Das wollen wir machen. Und ich hoffe mal, ihr seid da auch nicht ganz so böse. Wie gesagt, da können wir beide nichts für. Dass das Programm das irgendwie so komisch aufgenommen hat. Und teilweise dann eben so ein totales Rauschen da reingebaut hat. Also man hört uns wirklich gar nicht. Absolut null. Das Mikrofon hat irgendwie total so eine Verstärkerfunktion da gehabt oder irgendwas. Naja, jedenfalls hat man nichts gehört. Und deswegen muss ich das rausschneiden. Nur damit ihr das auch mal seht hier. In Sony Vegas kann man ganz gut erkennen, dass der Balken da komplett laut ist. Also darf ich auch nicht anmachen jetzt. Das ist wirklich höllisch laut. Ja, ich würde sagen, das war's. Ihr wisst jetzt Bescheid. Das Video geht wieder viel zu lange. Das Video wird aber auf jeden Fall... Was haben wir Sonntag? Bis Freitag kommt es zu 100% Leute. Zu 100%. Ich werde mich da am... Spätestens Mittwoch oder Donnerstag, weil Donnerstag habe ich schon frei. Da werde ich mich den ganzen Tag da dran setzen, bis das Video fertig ist, Leute. Ich schwör's euch. Und wenn ich da tagelang verhungern muss, ich werde das Video fertig machen bis Freitag. Also, ja, mach ich einfach. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und, ja, seid nicht sauer. Und dann gibt's bald aktive und mehr Videos. Und so weiter und so fort. Haut rein, Leute. Liked die Facebook-Seite in der Beschreibung. Und bis dann. Ciao, ciao.